die frauen am virtuellen brunnen im mai 20 23 23 das ist jetzt habe ich mich schon wieder mal verirrt die zeit geht so schnell vorbei ja und heute wollen wir eine kunstausstellung haben aber bevor wir das machen fangen wir erst noch wie immer mit dem check-in wer mag anfangen und wer anfangen kann dann weitergeben ich fange mal an wir haben heute nachmittag endlich unsere abflüsse versucht zu reinigen das war nicht lustig und es ist einigermaßen gelungen aber so ganz perfekt ist es nicht aber wir haben wir waren zu zweit mein mann hat mitgeholfen und haben uns gemeinsam geärgert und jetzt bin ich froh dass alles wieder zugeschraubt ist und dass ich schöne kunst anschauen darf und freue mich drauf und ich gebe weiter an vielleicht an die anna leser ja dankeschön ich habe mich heute über die sonne gefreut und weil es hat jetzt die letzten paar tage auch hier in ungarn total grau und dicht und ganz viel regen gehabt und heute laufen weil es endlich wieder warm ist die rasenmäher und die heckenscheren und die freischneider es war ein regestreiben draußen genau ich bin erstaunlich klar im kopf obwohl ich eigentlich total übermüdet bin ich schlafe zurzeit nicht gut und habe mich aber total gefreut auf heute abend bin schon sehr neugierig und geht weiter an machi rosen ja hallo mir geht es gerade gut war vorhin im garten habe noch was gemacht und ich freue mich darüber dass es das ist jetzt endlich also bei uns war es jetzt richtig schönes wetter richtig schön sonnig und ich war heute nachmittag auch in einem ort in dem ich länger mal gelebt habe an der mosel und da gibt es so schön öffentlich öffentlichen kleinen kräutergarten und es hat mir wieder so viel freude gemacht das zu sehen da die strauden und die verschiedenen kräuter und dass jemand sich so mühe gibt das öffentlich in der öffentlichkeit so in so einem ganz kleinen ort auch so was öffentlich noch zu machen ja das hat mich ein bisschen ja hat mich gesättigt von daher ich gebe dann weiter an erika ich bin eingeschaltet gehört mich bin gar nicht abgeschaltet genau ja hallo ich genau ich grüße euch jetzt aus tschechien und seit ich von von der heidi wieder zurück bin es ist bei mir relativ turbulent weitergegangen ich habe jetzt bei der heidi einfach fast drei oder zweieinhalb schöne monate gehabt und ist aber auch schön weitergegangen als ich hatte dann gleich volles haus und meine familie und auch weitere familie haben sich also merklich gefreut dass ich wieder da bin und im moment besuche ich meine enkelkinder in tschechien eben und fahr aber am sonntag wieder nach hause und was ganz erfreulich ist dass ich sehr sehr viel klarheit bekommen habe und im grunde genommen das was ich jetzt also vor meiner auszeit wo ich schon so ein noch mehr klarheit und noch ein größeres standing bekommen habe und insofern geht es mir sehr gut und ja genau ich bin auch auf die ausstellung sehr gespannt auf die schäfchen und auf die auf die aussagen und geht weiter an die anna gut danke ich habe auch blumen gekauft noch mal also einfach für mein beet und für mein normale tomatenpflanzen und physalis und freue mich und habe jetzt so wie frei weil ich war haben workshop letzte woche sogar gfk sogar an nicht volkshochschule sondern offiziell anders ja und auch noch ein chinkies treffen in kassel und jetzt bin ich da und ich freue mich über dieses interesse an meinen schäfchen also ich finde es einfach über perplex letztes mal wo ihr das marie rose wo du das so gesagt hast da war wirklich perplex überrascht genau dann gebe ich weiter an die monja ja ich habe dann etwas wiegen tag gehabt und hätte fast jetzt vergessen dass ich komme wo ich doch alles notiert habe dass ich komme ja es ist ein bisschen hektisch bei uns tut sich viel und ich freue mich einfach die erika zu sehen und die anna und die anna lisa und die josephine erika und die marie rosenpil josephine erika okay ich werde mich daran gewöhnen ja es es tut sich eine menge und ich versuche irgendwie mitzusurfen und schau heute haben wir ein thema heute was ist das thema das thema ist kunstausstellung kunstausstellung was letztes mal vielleicht nicht da dann höre ich euch zu und lass mich nein du musst nicht zuhören wir schauen uns die bilder von anna an die postet immer so viel auf facebook und das hat mich echt auch mir gut gefallen und deswegen hatte ich letztes mal anna eingeladen oder gefragt uns die nicht ob wir nicht hier zusammen mal darauf schauen können okay dann waren schon alle dran und ich bin noch dran ja jetzt gleich im anschluss du musst uns dann sagen wie wir ob du fragen haben willst dann zu den bildern und so weiter vielleicht ganz aus eine kurze einführung geben wie du dir das dann zuvor stets ja ich bin irgendwie müde vom letzt letztendlich vom nix tun denn es regnet wie blöd seit ja ewig und man kann auch nicht mal draußen was tun also meine lieblingsbeschäftigung ist ein garten gehen und bisschen unkraut ziehen im moment ist das unkraut so und man kommt wirklich nicht hinterher auch mähen müsste ich aber bei dieser nässe ist das irgendwie recht schwierig insofern wirklich zu hause und ich habe es angefangen mit dem emotionalen rucksack von der viviane debner denn den online kurs und mache halt solche sachen aber das macht mich eher müde als als draußen rum zu rennen und insofern ich hoffe dass ja irgendwann mal vielleicht doch so eine kommen wie ihr seht ich habe wohlpullover an und noch eine jacke und das im ende ist ja fast ende juni nicht und ich schlafe mit federbett noch also es ist völlig völlig verquer dieses jahr aber na ja gut es ist wie es ist sonst wäre es bekanntlich anders und jetzt übergebe ich an die anna für ihre kunstdarstellung gut ich frage danke also danke fürs interesse und ich habe einfach meine bilder also sie sind nicht ganz geordnet aber ich kann natürlich ein bisschen was dazu erzählen aber ich habe keine ahnung wie wir es machen sollen weil es sind ganz schön viele ich habe es halt auf eine word also keine powerpoint sondern einfach auf einem wordblatt und die frage ist eben soll ich innehalten keine ahnung schreit ihr wenn ihr sagt nee dazu mag ich was sagen oder ein ein wunsch wäre zum beispiel auch wenn ihr irgendwie weiß nicht wie gut ihr tippen könnt aber wenn euch zum beispiel irgendeine gute frage oder ein kommentar einfällt dann muss ich nicht alles durchhören fände ich eine erleichterung und dann ist ja auch die frage was was habe ich davon was habt ihr davon außer hoffentlich ein paar lacher oder so also weil es soll ja auch schon ein bisschen lustig sein genau also da wird es keine ahnung wie muss machen hat jemand hast du nicht ich wollte nur noch mal jetzt anfügen für die das vielleicht jetzt hören wir haben ja das letzte mal gesprochen über sinn und unsinn nicht und haben uns ordentlich halb tot gelacht dabei insofern wenn jetzt ein paar lacher kommen das wäre nicht abwegig nicht ja gibt es einen wunsch oder wie man vorgehen oder soll ich schreit ihr einfach wenn ihr sagt halt das ist zu viel innehalten oder so oder sondern sagen wir machen in der stunde drei pausen oder so ihr habt selber ja auch keine ahnung also einfach so durchschauen ohne irgendwie dass wir darüber sprechen oder dass du was dazu sagst finde ich irgendwie nicht so gut mir wäre es lieber wenn wir weniger anschauen und vielleicht uns über das eine oder andere auch unterhalten könnten oder ja was uns dann anspricht oder oder dass du auch so ein bisschen erzählst von deinem hintergrund her ich meine das ist ja denke ich mir jetzt nicht alles nur lustig sondern hat ja bestimmt auch auch so ein bisschen im hintergrund immer und das ist also das finde ich schön ich denke auch wenn wir so ein bisschen in der meditativen stimmung bleiben dass es sich dann fügt ob du was sagen willst ob wir was sagen auch ob uns was einfällt genau das einzige was ich nicht mehr machen kann ist ich muss jetzt durch scrollen ja also ich kann jetzt nicht mehr auswählen sondern ich habe noch ein paar aktuelle sozusagen am schluss hingefügt aber das ist jetzt so wie es ist ich zeige euch mal wie es ausschaut so moment jetzt muss ich nur jetzt muss ich ah ok komisch ich muss noch ein bisschen rüber rutschen so sieht man es super gut wo ist die scrollmaschine komisch ok aber ich sehe sie nicht anna rechts ist glaube ich ein balken da ah jetzt jetzt habe ich den balken so weil das geht nämlich hier los weil hier hat es angefangen so mit diesem schaf hat es angefangen ich habe geschaut mein eigentliches also so sozusagen diese idee von deine einzigartigkeit also mitten und das schwarze schaf wollte ich nicht machen sondern eben ein buntes schaf das war eigentlich der beginn und dann war lange meine sonstige kreativität also ich habe viele malkurse gemacht und und wie gesagt du mein design und die jinkies begleiten mich ja jetzt auch schon 20 jahre und eigentlich malen und zeichnen und goldschmieden auch mein leben lang aber es hat sich intensiviert und das begonnen mit dem schaf das ist von 2019 das rechte schaf und das linke und zwar war das ein dieser alternative kalender wie heißt der wo das schaf dieses weiße schaf links drinnen ist es gibt doch einen adventskalender von den kriege ich immer geschenkt von einer freundin die die den kauft so christlich evangelisch also ich habe jetzt den namen genau vergessen und da ist es dann machen wir ja in der fastenzeit ein projekt das heißt 40 tage unseres lebens vielleicht inspiriert euch das auch in dem wir die fastenzeit in der fastenzeit jeden tag ein bild machen einfach wozu wir lust haben also das hat sich jetzt fortgesetzt das machen wir schon seit fünf jahren ich habe halt karten sozusagen gemacht 15 zentimeter groß das ist machen wir alle gleich gleich groß aber jeder kann im prinzip schreiben zeichnen fotografieren also ein projekt 40 tage unseres lebens und dann habe ich ein also das war ein schaf dieses bunte schaf sozusagen umgesetzt und oder hier eben links welchen weg soll ich nehmen den breiten der herde folgen oder einen ganz eigenen weg gehen das kommt in dem bild glaube ich nicht so deutlich raus aber das ist eigentlich mein thema was sich durchzieht und dann habe ich einen illustrations kurs gemacht immer wieder mal mache ich halt so kurse und links hat es dann eben begonnen mit schafen die waren da noch echte schafe beziehungsweise dann haben sie natürlich auch wegen der perspektive haben die schafe dann auch brillen gekriegt wo ich versucht habe darzustellen dass wir alle höchst unterschiedliche perspektiven und sichtweisen haben je nach emotionalen zustand dann spiele ich mit solchen schaf bildern eben rum und merke auch dass das ipad mir sehr hilft dabei spielerisch dabei zu sein hier eben auch wieder das bunte schaf also das ist so mein hauptfokus eben nichts negativ diese einzigartigkeit zeigen sondern zeigen ja auf eine lustige art und weise alle schauen in die gleiche richtung und das bunte schaf schaut eben in eine andere richtung hier dirigiert also immer auch das thema mit wie lebt ein schaf dann das ist jetzt schon mein ekstase schaf wie eigentlich das ist bestimmt nicht ganz richtig in der reihenfolge wie es entstanden ist da habe ich dann einen illustrations kurs gemacht ich glaube das war dann der zweite und dann ist dieses schaf entstanden das war damals eines und dann hat die ursel gesagt als ich sie gezeigt habe das ist das ekstase schaf und das habe ich das hat jetzt den namen ekstase schaf und es taucht immer wieder auf und wie unsere gruppe heißt zum beispiel eben immer tanz und deswegen heißt dieses bild immer schaf und auch hier ist bereits wieder ein schaf das aus der reihe tanzt mit eingebaut und das ist die freude eben man kann diese sachen am ipad total easy machen vervielfältigen vergrößern dass das dann eben ja also einfach auch kompositorisch passt also das ist wirklich mein lieblings bild und ich greife immer wieder gern und das ist das tolle auf eigene bilder zurück und verwandel sie wieder also das ist meine art von kreativität geworden was man selber einfach auch tiefe befriedigung verschafft da habe ich dann mein schaf eingebaut in gfk gefühle nämlich eben freude liebe und unten geht die sogenannten negativen gefühle die eben darauf hinweisen ich brauche etwas und das fand ich dann auch ganz schön eigentlich wie man das so darstellen kann genau dann haben wir es ekstase schaf ein spiel eben ja das ich merke geben so was macht mir riesen freud spielen damit dann das ist aus dem entstanden wolf und giraffe oder wolf und schaf fragt mich nicht aus dem aus dem aus dem aus der arbeit oder aus der ausbildung ehrenamt dann bin ich doch eine schulmediatorin und jetzt habe ich endlich eine schule gefunden hier gleich um die ecke wir bauen das gerade auf wo wir willkommen sind also das war jetzt ein schwieriger weg weil corona war dazwischen und 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 so ja dann habe ich natürlich immer wieder auch die kontexte mit dem was mich beschäftigt in diesen 40 tagen eben meditation ist ein großer ein großes thema ja dann habe ich natürlich auch immer wieder gespielt und gepostet ich weiß nicht ob ihr das wisst ich 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 poste halt auf meiner webseite immer wieder das thema eben die eigene die eigene individualität erkennen und wertschätzen ja dann klaue ich auch natürlich ideen und mache was eigenes draus wie zum beispiel dieses thema selbstliebe die hintergründe sind immer von mir die sind nie geklaut aber die ideen das machen eigentlich alle künstler mein sag ich eben mir stehen immer auf den schultern von denen die vor uns laufen und auch ein picasso hat sich an der afrikanischen kunst bedient und daraus halt was eigenes gemacht und das thema selbstliebe und selbstakzeptanz taucht halt immer wieder auf für mich selber und das dann in bilder verwandeln finde ich heilsam sind auch eine viele viele heilbilder auch für mich gemacht genau dann habe ich einen anderen kurs mit der rosmarie hier um die ecke mal gemacht so drei tage illustration da hatte ich das scharf schon das war mein mein nachfolge illustrations kurs und und dann habe ich eben die hatten kartisch kartenspiel dabei gehabt also so art kreativitäts werkzeug und dann was draus machen ich sage euch das ist einfach nur vergnügen und dann eben auch wieder mit dem ipad vervielfältigen und spielen mit augen spielen wo schauen die hin also es sind ja ganz einfache muster eigentlich mit denen man gesichtsausdruck herstellen kann so dann kommt natürlich das thema dominanz zum thema schule und vor dingen gfk spielt halt hier auch mit rein eben das gegenteil von in augenhöhe dieses thema eben dominanz und missbrauch oder auch der schatten aspekt also das spielt immer auch das aktuelle hexagramm mit rein weil es gibt natürlich im schatten hat ist das thema eben führung ist dann eben dominanz und missbrauch einer qualität die in der gabe demokratisch ist zum beispiel ja hier jetzt ein frühes griff zurück ein frühes bild da habe ich mich schlecht gefühlt und habe mir gedacht es gibt ja auch das wolf im schafspelz oder die geschichte hier daher also das entspricht mir letztendlich da ging es mir nicht gut und dann habe gedacht warum sieht man mir das nicht an dass in mir ja ein weit wundes schaf ist und nach außen hin eben ein ein ja manchmal ganz schön bissiger stachliger wolf genau oder auch es gibt diese wolfs geschichte zwei wölfe wohnen acht in meiner brust ich weiß nicht ob er die geschichte kennt die wird so erzählt in gfk trainings zwei wölfe der eine ist ja kennt er das habe ich dann versucht in ein bild zu packen noch einmal das war so großmutter energie eigentlich liebevoll sozusagen eine hierarchie also eine altershierarchie darzustellen aber eben in richtung ja großmutter oder mentorschaft und dann habe ich ein das ist auf 40 auf 40 acryl bild das habe halt kollagiert eine der wenigen ausstellungen die gemacht habe und das sind vier schaf bilder die ich halt da mit acryl reingeklebt habe das ist das original extase scharf so dann habe ich natürlich immer auch bilder geklaut und habe schafe aus der kunstszene also auf der chaise long einfach verwandelt ich also das macht einfach ein riesen freud genau das hier auch die spielt idee das sind diaden von von klar weit das ist jürgen engel das sind vier trainer gfk trainer in frankfurt wo ich auch diaden woche mitgemacht habe und dann habe ich sozusagen ein aquarell von mir als hintergrund genommen und habe die vier diadenpartner eben in die szene gesetzt soll ich pausieren oder soll vielleicht noch vier also dann natürlich auch das thema immer wieder auch die bilder sollen ja anregen zum einem verhalten das unterstützend ist ja also dieses ausruhen entspannen oder eben auch vertrauen das war ein bestimmtes hexagramm risiken eingehen hexagramm 28 ich habe eigentlich begonnen schon vor eineinhalb jahren oder länger schon die schafe in verbindung mit dem aktuellen gene key und das ist auch das was ich jetzt mache ganz regelmäßig dass ich den aktuellen gene key da mache ich vier inquiry vorschläge für die diade und oder self inquiry kann man auch machen und dazu eigentlich immer ein bild und das ist so eine art inneres commitment ich gebe das raus inzwischen bin ich schon viel freier geworden es ist mir fast schon wurscht wie die dir darüber denken also die paar die das lesen die das interessiert sondern einfach einfach just for fun da wäre aquarell zum beispiel genommen von mir selber das seht ihr zweimal dasselbe das soll der konstantin wecker sein weil halt der das war sein geburt sein gibt sonnen hexagramm das ich da genommen habe und da staune ich immer wie passend es einfach ist genau okay bis dahin konstantin wecker ja danke anna wir haben ja vor längerer zeit mal über den keys gesprochen und hexagramm und sowas aber es kann ja durchaus sein dass leute die das jetzt sehen und du benutzt diese worte nicht so recht wissen was das sein soll kannst du da einfach kurz noch ein bisschen erklären wo du da sprichst ja kann ich gern machen also man kann sich vorstellen wir haben wir leben in einem sonnensystem und die sonne wandert wie halt für die astrologie auch statt durch die zwölf häuser sind die 64 hexagramme des iching um das rad um das mandala gilt man mandala gelegt und die sonne durchwandert im laufe eines jahres alle sechs tage wechselt sie und aktiviert ein hexagramm und die basis von dem was ich so sehr liebe ist dieser synthese das sich was sich human design nennt die basis ist das iching und noch ein paar andere sachen aber in dem fall sind es eben ist es sind sind es eben die hexagramme des iching und die weiterentwicklung des human design systems sind die genschlüssel das ist sozusagen die integrale version die viel stärker den fokus darauf legt diese archetypen diese 64 bewusstseins archetypen die wir alle haben die können wir ausleben in einem schatten aspekt oder in einer kreativen gaben qualität oder sogar in der höchsten das wird beschrieben dann in dem sogenannten city also die höchste ausprägungsform die oder die göttliche version city ist sozusagen die höchste ausprägung einer einer qualität genau das wäre dann ekstase zum beispiel und ich seit ich die diaden mache mache ich es noch viel spezifischer und mache wirklich aktiv alle alle sechs tage biete ich an einen kurzen text und eben auch ein bild dazu damit man diese qualitäten egal die haben wir ja alle egal ob sie aktiviert sind oder nicht das ist der eine blick dass man sie kontemplieren kann also zum beispiel gerade zurzeit ist es das beitragen der individuelle beitrag weil sozusagen das kollektiv braucht kreativität innovation aber auch die ganz die individualisten brauchen natürlich das kollektiv also es gibt jede menge innovation zur falschen zeit die vergeht und es gibt innovationen die einfach ja an wirklichen paradigmen wechsel auslösen also und und innovation kommt immer durch einzelne menschen und dann ist der prozess wie wann kommt es im kollektiv an so das ist der prozess und genau das ist die evolution interessiert mich am allermeisten die eigene und die des kollektivs reicht es als als danke das ist lebt von dir wir könnten jetzt ja auch wenn ihr fragen habt oder kommentare das können wir jetzt einfügen bevor du weiter gehst ja ich würde jetzt also mir wäre es jetzt auch wichtig einfach mal rückmeldung zu geben was ist was diese bilder mit uns machen und ein bisschen wieder raus aus dem rein intellektuellen also ich merke für mich wenn wenn ich die bilder anschaue wenn ich die so sehen dass es ein lächeln auf meinem gesicht produziert und das ist für mich wichtig wichtig dass ich das höre was was du anna von dir persönlich dann dazu sechs ob das jetzt dieses ganze system von den gen kind ist mir im moment weil ich nicht so da drin bin ist es mir im moment jetzt diese theorie nicht unbedingt so wichtig sondern ich mag mir das genießen und das was du von dir persönlich dazu gesagt hat am anfang da oder immer alle anderen in eine richtung gezeigt hast und dann dich in die andere habe ich mich irgendwann war wieso sind nicht alle irgendwo in eine eigene richtung wieso schauen nicht alle irgendwo in eine eigene richtung abgesehen davon dass ich es schön finde wenn oder das ist es mir ja gut tut zu sehen dass du dass du deine eigenen qualitäten so auch malen kannst und so herausstreichen kannst in den bildern und die kreativität mit der du das da machst und die vielfalt auch der methoden also das beeindruckt mich schon und das es macht mir freude die bilder machen wirklich freude das mit dem lächeln im gesicht ist das ist und für mich war es jetzt richtig fremd diese theoretischen überlegungen zu hören weil die bilder ganz was anderes mit mir machen das was gar nicht so verbal ausdrückbar ist und ich finde es ewig schade dass ich jetzt nicht scrollen selber scrollen kann und schauen was da vorher war und irgendwo die idee eines also eins hat mir besonders gefallen das war das mit den wegweisern am anfang mit der weite das hat mir so entsprochen irgendwie dann habe ich mir vorgestellt weil egal ob es jetzt bei den anderen mitgeht dann kommt es nachher auf dem leeren weg zurück oder es geht auf den leeren weg und trifft die anderen von angesicht zu angesicht wenn es hinter dem berg der weg herum geht und da entstehen so innere geschichten wenn man die anschaut und das ist wunderschön als postkarten also ich weiß nicht was du sowieso machst weil ich bin ja nicht im facebook aktiv und auch nicht in diesen dingen die du sonst machst aber ich finde es also so irgendwie ein digitales buch oder so irgendwas in der richtung das veröffentlichen dass man die dann dass du was davon hast und wer anderer kann mit denen arbeiten eine postkarte schicken oder sonst irgendwas würde ich wunderschön finden weil die sind so lieb und so so aussagekräftig manche also ich finde das ganz schön wunderbar und die farben so fröhlich ich mag mich auch dem wunsch von birgitte anschließend ich hätte auch lust da hin und her zu scrollen von daher frage ich mich an ob du nicht einfach so deinen deinem empfinden nach oder so mal hierhin und mal dahin scrollen kann dass wir einfach noch mal ja so nach deinem gusto so oder was das du hängen bleibt das zum beispiel war auch nicht auch sehr schön oder ja so nach deinem nach deinem empfinden was gefällt dir gerade an deinen bildern dass du da mal auch mal kurz mal hier oder mal da stehen bleibst das hat mir gerade gefallen jetzt ist es weg ich muss ja zurück gehen also ich kann ja nicht springen vielleicht dazu da zum beispiel dieses das sollte dieses mit den perspektiven mit den unterschiedlichen das habe ich glaube zu irgendeinem geburtstag zu einer einladung gemacht und das hier und auch diese das dirigieren hier das ist der hinweis letztendlich auf diese konditionierung und gleichmacherei also wenn das dieses individuell sein ist ja nicht leicht deswegen eben dieses schwarze und bunte scharf das ist ja einfach eigentlich ein riesen lebensthema dass wir uns trauen wirklich anders zu sein und ja und die schauen alle verschieden aus und schauen auch woanders hin während ihm die hier gleich also und und aber gleichzeitig ist es was tolles also ich habe jetzt gestern oder vorgestern auf arte gibt es einen film warum wir tanzen und es der ist so großartig dass tanzen evolutionär wichtig ist weil wir kommen in eine schwingung in eine gemeinsame zum beispiel und synchron tanzen das gibt es in allen kulturen es ist das ist das was oxytocin auslöst und und also dort unser das ist immer scharf bild was da so entstanden ist also das erinnert mich an unser projekt wir sind jetzt zehn jahre zusammen wo wir eben miteinander wie also auch den tanz selber entwickeln also wir das schaut es nach formation aus aber wir haben eher selten wirklich gleiches sondern das ist so arbeit nach pina bausch genau und da ist das erste bild ist dieses schaf hier das war das was was diese suche da habe ich zuerst himmel und hölle hingeschrieben gehabt immer auch geschichten sind damit verbunden eben das schaf soll halt soll halt so hin dieses überlegen wo gehe ich jetzt gehe ich jetzt dem den es gibt ja in der bibel schon den breiten weg oder den schmalen gehen ja und also ich finde es also ich merke selber einfach es macht mir so viel freut und ich freue mich jetzt dass es euch freut vielleicht brauchst du ja noch von anderen auch feedback haben ja ich würde gern was dazu sagen ich finde es so toll die haltungen woraus man so viel sehen kann ja zum beispiel das denken das schaf da oben nicht wo in welche richtung gehe ich das siehst du aus der körperhaltung heraus und auch später da sind so viele schöne beispiele davon wusste aus der körperhaltung die innere den inneren ausdruck oder die innere stimmung von diesen tieren die dies wirklich so lieb sind wenn ich die brigitte die brigitte echo machen kann so schön und was mir auch da gefallen hat dieses manchmal dieses groteske wo das scharf aus dem spiegel eine andere farbe hat und die sich umarmen und also einfach klasse ich habe auch geschmunzelt und auch echt gelacht dabei aber aus freude dieses da mit dem herz drumrum ist das nicht schön also richtig toll und auch die gesichtsausdrücke nebenbei aber ich habe auch andere körperhaltungen noch gesehen die ich einfach wow es ist ist toll danke und manchmal verschmelzen die auch dann zu einem menschen nicht also die schafe werden zu menschen und es ist genial so soweit mein mein feedback da gibt es noch mehr von den ekstase schafen weil sie in die habe ich mich total verliebt noch mehr ja da kommen da kommt noch ein oder zwei kommen auf jeden fall noch gut 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 dann weiter scrollen ich fand das so schön bei den drei weißen schafen und dem bunten schaf die waren nämlich nicht kopiert die waren nicht gleich sondern jedes hatte obwohl sie die gleichen waren voll einen anderen ausdruck irgendwie das habe ich echt nicht gefunden bei denen was mir noch wichtig ist anna dir zu sagen dass ich diese inküren vorschläge immer lese und mir auch das bild anschauen sind immer es ist immer was dabei was was mich anspricht von denen von den sätzen also das finde ich ganz toll und ich kann mir sehr gut vorstellen bei dir ist zuvor das das wort gefallen dass das heilbilder sind und ich kann mir vorstellen wenn man die selber noch zusammenstellt und macht und und dass das ja ja eine ganz tolle aufarbeitung ist so zur zur eigenen heilung und ja das 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 strahlt es auch aus also für mich ich finde es auch ich finde es super ja das team begegnung oder eben dann auch so was wie eben hier also der alltag das fällt mir ganz gut ganz spontan zwei ein paar auf dem sofa alltag toll die gesichtsausdrücke die sind einfach klasse ja genau und da habe ich dann rumgespielt wie es jetzt dann also zu sagen dieses philosophische gehen und den schatten und dann überlegt eben was ist soll der hintergrund sein das haben wir noch mal ja dann die schnelligkeit dann habe ich natürlich rumgespielt eben eigentlich so eben beziehung anziehung aufmerksamkeit hier was ist das linke das blaue mit dem blauen hintergrund ja das war mal eine wippe oder so also einfach keine ahnung was ich da also einfach das ist attraktion also und levitatio ist es ach ach levitatio ja okay ja bilder ist eben bilder sind bieten raum bieten raum wo man dann überlegen kann also ja bieten einfach raum sprechen die andere gehirnhälfte ein anderes anteil unseres körpers an ja und die frau die schmilzt da gerade durch den intensiven blick ja ich glaube das ist tatsächlich das sind wasser ja ja habe glaube ich schon mit lange ja so dann hier die verbindung eben herz und und ihr seht ich benutze dann das sind meine eigenen hintergründe aus ja die das ist dann wirklich papier und die kann man eben dann spielerisch am ipad verändern das war heftig also dieses schaf also das ist der haupt das war mal ostern oder so das lam das opferlam da war ich mit dem thema opfer irgendwie beschäftigt das ist schon sehr heftig finde ich und da hier eben diese verschiedenen anteile von uns an der hand also es gibt ja so ein bild eben wir alle sind letztendlich so ein bild entweder als menschheit wir sind ein körper oder umgekehrt als wesen sind wir eben mit verschiedenen anteilen natürlich hier auch wieder ein eigener hintergrund mit dem habe ich viel gespielt dieses nachdenken und überlegen ja den hintergrund da war die konstantin wecker zeit und tanzen wisst ihr ja ist ja inzwischen eben auch mein thema und dann immer wieder auch dieses gefühle und getragen sein also das finde ich mag ich total gern oder dann die 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 schwere last tragen und zum thema eben bilder ich habe an meinem 70 geburtstag ja ein fest gemacht und die karten sind alle ausgedruckt und dann habe ich sie an ich habe ein großes fest gemacht und habe ausstellung gemacht mit meinen bildern weil ich gedacht habe oder für mich halt vorgenommen einmal im leben mache ich eine ausstellung hier in gauting für einen tag und dann habe ich diese karten und es müssten bestimmt über 100 gewesen sein die hier eben aufgehängt im vorraum und das war dann schon eindrücklich die bilder einfach zu sehen live nicht nur online sondern die sind als karten da dann jen yang symbol also diesen aus der verwirrnis in weg gehen also das mag ich auch zum beispiel total gern mit dem habe ich dann rum gespielt also das bedeutet mir irgendwie ganz viel das ist dann ein seil akt ja genau aus dieser verwirrnis raus jetzt kann ich jetzt weiß ich wo es lang geht ja dann habe ich halt gespielt ich weiß nicht mehr was ich damals also immer auch beziehungen da gibt es vier bilder von dem und eigentlich wollte ich da kommt dann auch noch ein bild mal da habe ich richtig lachen müssen da bin gfk vortrag gehört aber da sage ich was dazu wenn sie kommen ja ihr seht dann habe ich halt gemacht also deine unterschrift ist auch sehr speziell aha habe ich erst und habe ich erst gelesen ein paar mal aha und dann habe ich erst gemerkt dass das eben anna hauser die ja weil ich in der schule in der schule muss man ja abzeichnen und das ist über die jahre dass ich immer mit aha unterschrieben habe das ist glücklich so jetzt kommt das gfk bild also die die werde ich noch mal in einen film also das ist ja alles technischer aufwand man muss können aber die idee ist hier also wie ihr seht da kommt ein pfeil daher geschossen und das ist ihr selber lachen müssen wo ich die bilder mal auf dem status auf whatsapp gebe ich ja die bilder rein die sind dann für 24 stunden drin und da habe ich die das könnte eigentlich mal wieder machen dann habe ich die rein gesetzt und dann wechseln die nach ein paar sekunden und dann kommt das zweite bild und dann kommt das dritte bild nachdenken dann kommt das vierte bild und dann kommt das fünfte bild die energie sozusagen in den erdboden lenken also meine gfk intention an dem bild werde ich noch mal arbeiten das fällt mir sozusagen von der ausführung nicht so gut aber die idee mit diesem nachdenken ich weiß nicht ob das deutlich wird hier ich schieße zurück oder ich oder ich also da kennt ihr ja das ist ich habe keine übung in diesem cartoon zeichnen aber ich finde eben das das ist mir schon geglückt zurück schießen oder nicht so dann halt noch mal noch mal ein bisschen spielen ich glaube das war schon da das haben wir auch schon gehabt aha da habe ich zu viel gemacht dann halt mal wieder den spiegel das haben wir auch schon mal gehabt das haben wir auch schon mal gehabt dann halt wieder mal bewegung einfach just for fun einfach so beziehung ah ja das war mein geburtstags bild mit diesen schafen eben und das habe ich heute gemacht mit erleuchtung erleuchtung also oder das ja so jetzt kommen ein paar ekstasen ja sie feiern ihr schwarzes schaf auch das waren aquarell und das macht natürlich dann spaß das einfach reinzusetzen rein zu malen man kann auf dem ipad verschiedene ebenen und dann eben solche sachen und ja zum ausdruck bringen mit einem bild das hat mir gefallen ähm sozusagen dieses spiegeln sich spiegeln und dann ähm ich weiß nicht wie das bei euch ankommt aber so ungefähr man nimmt sich wichtig und wenn man dann sieht wie groß das meer ist die spiegelfläche dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so bedeutsam ach das ist nochmal der konstantin wecker da habe ich jetzt nur eines gemacht also das ist so ein therapie bild da gibt es noch ein zweites das habe ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden da sitzt später mal eine zweite badewanne dazu nämlich dieses diese grund aussage dass wir uns gegenseitig regulieren also da ist ja sturm in der badewanne und wenn sich jemand zweiter dazu setzt sozusagen dann hilft man sich gegenseitig beim regulieren manchmal kriegt man es ja nicht hin alleine also ich würde mir das ins badezimmer hängen toll das hat mir auch spaß gemacht das ist ein aquarell von mir und dann einfach schafe reinsetzen die durch eine landschaft gehen also das hat man also das tun also ich merke einfach ähm und ich würde es wirklich also mir macht jetzt das zeigen auch total spaß ja weil weil ich bin ja so viel allein und 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 das posten ist auch wichtig und so genau mein buch zum beispiel mein buch sind auch das ist in meinem buch drin das war ein ganz frühes das ist auch wirklich 40 mal 40 da das ist meine zwei hälften die die uns ausmachen also unsere emotionale seite sozusagen der menschliche erfahrungsweg und unsere logische seite die eben das leben begreifen will also die mentale seite das entspricht unseren gehirnhälften auch also zwei seelen sozusagen und das lieben das war die message die ich da ja halt hineinbringen wollte genau und dann mal da hatte ich eine humorphase mein hexagramm 52 die ruhe im ist es der berg das stillhalten das ist meine sonne dann meine sportlichen oder spielerischen die sind noch nicht optimal aber wo ich mir dann oft denke mein gott du kopierst ja nur aber irgendwie irgendwie also merke ich da will ich habe ja lust weiter zu machen so wir nähern uns schon fast dem ende da noch einmal das humorvolle das hat mir auch spaß gemacht das war ein bild das war total witzig die geschichte letztes jahr in der gfk sommerfest das war haben kinder erschaffen die haben einen schalter kreiert für lebensfragen und dann habe ich jetzt halt eine collage draus gemacht und ein scharf reingesetzt kinder haben das entwickelt und haben dann gespielt eben die haben dann berater gespielt zwar total lustig so tür und jetzt ah ja genau jetzt kommt eben hier die wichtigkeit von kleinen schritten hieß dieses bild hier also wenn die leiter zu große abstände hat kommt man nicht hoch wenn man viele kleine schritte macht dann kommt man in die höchsten höhen dann habe ich hier das war revolution das ist ein bestimmtes hexagramm das heißt auch revolution und dann habe ich lust auch gehabt und habe dann kennt ihr sie wer das ist ja habe ich gezeichnet dann noch einmal das thema herz und die sprache sozusagen in bildern ausgedrückt oder sowas wie kohärenz herz hirn und mund sozusagen also da muss ich gleich selber lachen über den könig hier und den sokrates genau das sind jetzt die letzten von den letzten 40 tagen also aus der fastenzeit das ist jetzt ein neues ein relativ neues auch das hier dein eigenes lied singen das habe ich dann halt fürs fürs posten habe ich einen text dazu gemacht und jetzt kommt nochmals scharf finde ich fand ich auch lustig also genau genau jetzt noch nochmal das war heute gemacht das habt ihr kennt ja jetzt ja schon das scharf bild und dann das war kürzlich war eins mit dem sowas wie ja das hätte habe ich jetzt ja das könnt ihr nachschauen auf meinem blogbeitrag nämlich der blitz der inspiration oder das wie sagt man dazu heureka zum beispiel das darstellen das kann man nicht machen kreativität kann man nicht machen inspiration heureka kann man auch nicht machen und heute habe ich eben dann reingesetzt die individuen die dann die das kollektiv die gemeinschaft mit ihren geistesblitzen sozusagen inspirieren und dann habe ich hier mal das ist spiral dynamics wie es kennt das ist das mandala mit den 64 hexagrammen und das habe ich einfach mich selber in ein schaf verwandelt das ist außer dem foto habe ich das halt reingesetzt um zu zeigen eben wie wir uns hoch entwickeln können so oder was ja genau dann war es das also bei grün hast du das ist es das hirn das ist im prinzip das wasser und das ist das hirn ja toll wie heißt das das ist doch vom scharma vom ego zum bewusstsein zum öko-bewusstsein also auf das globale mit drin also ein öko-hirn mit einem hullahoop genau ja genau ja das war's anna ich hätte eine frage wenn man das jetzt irgendwie beim anderen zeigen möchte wie kann ich denn da vorgehen weiß ich noch nicht die anna hauser hat uns sowas schönes gezeigt und das würde ich gern herzeigen das wird ja aufgenommen und du kannst das dann das werde ich dann auf youtube hochladen und dann kannst du das dann ja aber sonst fände ich die idee auch irgendwie ganz gut wenn du da so karten draus machen könntest maybe on demand drucken oder irgend sowas ich weiß ja nicht was es heute alles gibt aber das sind wirklich schöne da würde ich sogar auch mal eine karte verschicken denn die von irgendwelchen landschaften oder so da habe ich keine lust drauf aber das finde ich schön ich habe ja also nicht wenige mit schafen und dann andere und ich habe ja ein einen auftrag wo ich 350 euro oder so kriege aber davon die papierkosten und die druckkosten sind unglaublich gestiegen dann habe ich meine karten sind doppelkarten zum reinschreiben und so weil das in meinem hospiz da sein habe ich einen auftrag sozusagen für diese doppelkarten nicht für die die sterbenden sondern für die hospizhelfer die kriegen die werden geehrt mit einer geburtstagskarte und da habe ich einen auftrag und deswegen bin ich erfahrene herstellerin von karten der aufwand ist enorm und ich habe zum beispiel oben in der in der lokalen buchhandlung habe ich mal rein gestellt weil wir können ich kaufe da auch ein und so und da zahle ich also jetzt nicht und bei on demand aber da müssen müssen wir überlegen aber zum beispiel verkaufen lohnt nicht über offiziell da zahle ich drauf weil die buchhandlung 40 prozent kriegt und mir print ich habe lassen ja auch und wenn ich da nur zehn karten bestelle dann ist es unglaublich teuer weil die natürlich nur in großen mengen aber wenn ihr sagt sie ihr wollt eine bestimmte karte ich mit ich kann man sich ja durch den kopf gehen lassen was wenn wenn ich kann ich kann natürlich eine pdf draus machen aus diesen bildern und kann sie euch zukommen lassen logisch ja aber das wäre ja eigentlich vielleicht ein online geschäftsmodell dass das dann als zum zum downloaden sozusagen freigibst nach nachdem dir jemand das geld geschenkt hat oder so anna noch zu dem einen bild da links das hast du heute noch gemacht hast du gesagt habe ich heute gemacht weil ich habe mir im ersten moment gedacht wieso ist der geistespitz wieso ist dies nicht unten die die fassung der glühbirne und jetzt habe ich mir beim längeren anschauen gedacht wo ist die wo ist sie angeschraubt die glühbirne also eigentlich alle ähnlich an irgendeiner quelle sind sie ja alle angeschraubt an der göttlichen an der das ist ja das fällt letztendlich also ich habe ein bild das kann ja noch rein fügen weil ich fand das ganz witzig weil ich prozessiere ja auch diese bilder da war am anfang nur der geistesblitz sozusagen über einem kopf über einem schaf und da kamen sozusagen vier unerleuchtete also aber irgendwann und dann habe ich mehrere reingefügt nämlich dieses unerwartete dass man diesen blitz nicht machen kann das füge ich noch hinzu genau und da ist eben der geistesblitz der kommt das ist ein kann man eben nicht sagen woher der kommt der kommt aus dem feld ja ja das war es und das war zum beispiel ein bild das ihr kennt wahrscheinlich diesen schweizer sternstunden der philosophie und die haben so eine wippe mit fernrohr da habe ich als beziehungsthema sozusagen draus gemacht und nur um zu beschreiben woher ich meine ideen habe ich klaue halt ideen oder so wie hier dann kombiniere ich aus dem stuhl eben dann das ekstase scharf dagegen um also die polarität einfach zu zu zeigen weil ich halt durch mein mediatoren da sein ich habe auch die 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 diese heute bin ich diese fische einmal abgezeichnet alles für diese gefühls geschichten für die kinder also das sind halt dann keine schafe sondern diese fische ich weiß noch ob das kennt heute bin ich das ist ein ganz berühmtes belgisches habe eben namen habe jetzt nicht genau ja okay sehr 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 schön da kannst du dann jetzt das screen share beenden und dann ja beenden wir dann unsere treffen mit einem feedback oder einem was was hat das mit uns jetzt gerade gemacht ihr seid sehr im dunkeln berichten bergitter und anna ja jetzt ja besser ja okay es ist eben auch hier schon jetzt dunkel nicht dabei es ist jetzt ja fast schon die lichteste zeit des jahres ja ich kann nicht ich kann es nicht hell machen weil ich bin im auto da geht es nicht nicht genau aber ich fand es sehr schön jetzt anna und und weil das so also so freudig ist so positiv und und die aussagen im grunde genau ja das 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 einfach das hebt irgendwie und und na ich finde das ganz ganz herzlichen dank ich merke es wärmt das herz ich weiß nicht was es war die farben aber oder jedes mal wenn ich das ekstase scharf angeschaut habe und mich wieder erkannt habe gedacht ja 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 es ist wärmt danke anna ich bin ganz 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 überrascht genau es zaubert ein lächeln ins gesicht und was mich jedes mal fasziniert ist dieses wollige schaf mit den langen schlanken beinen das ist irgendwie göttlich diese kombination ist toll ja danke das schafsmotiv finde ich auch wunderbar und mich freut wirklich sehr anna auch dass du etwas gefunden hast was dir so richtig freude macht ne und diese freude die 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 kommt da raus die kommt darüber zu uns und ja ich danke dir auch dass es uns gezeigt hast vielen vielen dank von mir auch weil gerade also gerade dieses freudige was du auch gesagt hast mario das 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 strahlen die farben so aus und die an die motive also ich würde mich sehr freuen wenn du irgendwas unternehmen magst das irgendwie entweder digital zu veröffentlichen und man zahlt was dafür oder was du sonst möchtest dass man dafür tut also ich fände das wirklich schön weil ja die sind so so lieb und so herzerwärmend ja ich danke das ist ganz eine neue seite auch weil wenn man sie so immer sieht ja dann sieht man das gesicht und so und dann sieht man plötzlich so so wunderschöne seelische bilder total schön danke ja und ich wollte in den chor des lobes mit einstimmen ich finde es so auch diese diese leichtigkeit und trotzdem manchmal schwierige themen ja wie du das so zusammengekriegt hast die tiefe und die die leichtigkeit gleichzeitig und die figuren manchmal also ich konnte nur lächeln ja also das ist es hat mich sehr beflügelt auch und wirklich klasse ich habe die ja nicht gesehen ich bin ja auch auf facebook praktisch nie unterwegs und so und ich freue mich dass du das gezeigt hast und ja sehr schön und meine meine schafe sind hier ja die warten auch drauf mal gemalt zu werden dann in zukunft ja habt ihr noch was was ihr unbedingt jetzt noch teilen wollt bevor wir schluss machen also ich mag noch 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 eben noch mal sagen wie wie ich mich freue über diese ja wertschätzung und dass ihr euch freut dass ihr diese leichte seite das ist ja die die mich rettet also zu meiner sonst biografie und schwere dass ich das gefunden habe das ist illustration weil bei den anderen bildern da ist es auch nicht so obwohl ich eins vielleicht fotografiere ich ab oder so und schicke euch das zum beispiel sozusagen ohne scharf aber ich mache immer bilder die eine aussage haben also zum beispiel ein hexagramm heißt 55 heißt in der gabe freiheit das glas ist immer halb voll und nicht halb leer also fülle ist eine frage der geisteshaltung zum beispiel also merke ich einfach ich will bilder machen oder ich mache bilder mit einer aussage und wenn es dann heiter und leicht sind ist es toll und wer da ahnung hat von mir ein tipp geben kann oder mir jemand nennen kann ja klar wäre ich hätte ich mich freuen und digital als ich mag nicht diese mühe mit mit mir print oben und wenig ausdrücke und so also da habe ich das gefühl wenn er mir da technisch helft oder jemand sagen könnt dann ja dann hätte ich lust genau dankeschön ich bin jetzt so im zwiespalt ich mag überhaupt nicht in facebook gehen und ich gehe eigentlich nie in facebook außer ich merke irgendwie ich muss aus irgendeinem grund und ich würde viel lieber das anders wahrnehmen als wir über facebook ich mag das facebook aber es ist so schön die dinge wahrzunehmen das war eine wunderbare idee ja danke danke dir und wenn man tatsächlich ein sie ausdrucken könnte dann könnte man zum beispiel auch das wunderbare badewannen bild ins bad vergrößert auf der siehsturm das ausdrucken könnte man den menschen überlassen einfach digital verkauft als pdf oder sonst genau dann kann jeder ausdrucken was er oder sie will oder nicht will ja 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 das sollte wirklich was davon haben wann sie sowas macht ja oder auch nur als als bildschirm hintergrund was weiß ich schon mal mit einem lächeln anfängt ja arbeiten okay danke und gute nacht es ist sehr dunkel überall wie mir scheint nur bei marie los ist noch ein ein bisschen und macht's gut bis nächsten monat tschüss tschüss tschüss